moin und willkommen zu einem neuen video von mir hier stelle ich euch die firma der group vor sonnenstrom leicht gemacht das gibt balkon kraftwerke anlagen für privat für gewerbe also auch großanlagen mit und ohne speicher montage systeme kann man kaufen und so weiter und so fort ich würde sagen es geht weiter nach dem intro die group sonnenstrom leicht gemacht finde ich richtig gut hat viel auswahl auch balkon kraftwerke mit speicher ohne speicher von bis ich würde sagen schaut euch die seite selber an unten habe ich den qr code beziehungsweise den link dazu das gibt ein klein anlagen mit und ohne speicher ich habe hier so ein paar kleine szenen rausgesucht auch speicher 10 kw 20 kw speicher so ist richtig richtig viel beim balkon kraftwerk sind das glaube ich 1600 watt speicher oder 1,6 kw kann man auch sagen also richtig viel zubehör und dann ja ich kann euch nur sagen schaut euch die seite am besten selber an vielleicht findet ihr das eine oder das andere was ihr braucht oder haben möchtet oder empfehlen möchtet und dann wie sagt nutzt mein link dazu oder den qr code und so unterstützt ihr auch meinen kanal das würde mich riesig freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video euer techtev wenn euch das video gefallen hat denn ein daumen hoch bleibt nicht teilt mich und wenn euch das video nicht gefallen hat drei daumen hoch und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video euer techtev